Hallo liebe Körbelfreunde, ich begrüße Sie zu einer neuen Staffel von Webster Industry in der Hauptrolle von Sheffield Eye Körnen. Bei uns gibt es spektakuläre Raketenstars. Mal glücklich, mal weniger glücklich. Dann gibt es auch noch ausgeklügelte Rettungsmanöver. Nicht nur das, bei uns gibt es auch viel Rauch zu sehen. Und auch persönliche Impressionen der Astronauten. Dies Ganze bietet uns neue Aus- und Einsichten in die Raumfahrt. Dann bieten wir die Grundlagen der Navigation. Wir zeigen auch das Staging und die Raketensteuerung. Auch Grundlagen der Rotation werden vermittelt bei uns. Natürlich nur bei uns zu sehen, das perfekte Eintrittsmanöver. Per Navigation ausrichten heißt es bei uns. Und gezielt fallen lassen. Dies ist der Körbelweil des Eintritts. Unser Hitzeschild absorbiert natürlich jegliche Wärme. Und ermöglicht unseren Astronauten eine sichere Rückkehr. Und hoffentlich erfolgreiche Landungen. Neben Raketenstarts haben wir riskante Nachtflüge mit dem Flugzeug. Und auch herrliche Ausflüge bei Tag. Wir erklären, wie man abhebt. Wie man Kurven fliegt. Allgemein Grundlagen des Flugzeugfliegens werden bei uns erklärt. Wir tun unser Bestes, dies mit möglichst wenig Kollateralschäden zu absolvieren. Bei uns gibt's Landeversuche. Auf unwegsamem Gelände. Und natürlich auch erfolgreiche Landungen. Bei uns gibt's schnelle Raketen. Und natürlich haben wir auch schwere Langsamen. Wir bieten Atmosphäreneffekte. Wir bieten den Technik-Background. Wir haben gerade aufsteigende Raketen, schräg hinabfallende Raketen. An sich haben wir alle Arten von Raketen. Und wir zeigen, wie durchdachtes Abkoppeln möglich ist. Natürlich immer mit Spezialeffekten bei uns. Auch sanftes Hinabgleiten ist möglich. Zudem zeigen wir den Mond nah und fern. Und begeben uns höchstwahrscheinlich auf die Reise zu anderen Planeten. Dies alles und viel, viel mehr gibt's bei Webster-Industrie zu sehen. Coming soon. Bis bald meine lieben Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.